ja hallo und herzlich willkommen zurück hier zu kaltschzwerg on tour in need for speed ich bin gerade noch auf dem weg zu spike hier dürfte aber gleich angekommen sein und dann geht es doch schon weiter mit dem nächsten rennen da sind wir nämlich schon das rundkurs rennen fahre ein rennen über mehrere runden bis zum ziel wer die zielinie als erster erreicht gewinnt ach mach singe mach dinger wäre ich jetzt so gar nicht drauf gekommen zur strecke gebracht fahre das rundkurs rennen mit spike kumpel machen wir es mach dich auf eine lektion gefasst naja ob ich spike hier kriege wage ich gerade noch echt zu bezweifeln ja und wenn ihr zwischendurch schon mal so ab und an mal irgendwelche komischen geräusche hören solltet das ist dann entweder mein lenkrad oder der sound wenn ich hier schalte bzw wenn ich das die schaltwippe hier drücke oder im zweifelsfall die pedale wenn ich auf einmal mal etwas heftiger in die eisen gehe hier tja jetzt war ich ja fast dran jetzt haut er hier schon wieder ab ja nur wir sind wir vorbei am spike mal gucken wie lange wir das hier halten können wie gesagt ich schalte mittlerweile selber weil es ja alles schön und gut mit automatik schaltung und dergleichen aber das finde ich jetzt nicht ich will gefälligst selber schalten ja und da haben wir spike geschlagen schön platz 1 läuft doch so langsam kriegen wir ein bisschen kohle zusammen hier ja und da ist auch schon der kamerad der kamerad wird wohl gerade etwas verfolgt hier gut schauen wir mal rein wie viel kohle haben wir denn jetzt 12.000 wir sagen dann fahren wir noch eins und dann gucken wir noch mal in der garage vorbei so was wollte spike jetzt trifft spike im longhorn nee was haben wir hier manu trifft die gang im diner ach komm fahren wir mal zum diner ach was ist das denn da und ah ok kann man hier machen oh oh man schafft nur die spitze wenn man ihn ausschaltet ich bin damit service einer meinung nicht du auch noch robin bleib einfach bei deinem plan das ist mein plan mein neuer plan und außerdem jetzt oder nicht ja dann bis später leute so was haben wir hier aussicht ansehen jo machen wir ja millennium bridge aha vier hatten von sammelobjekten in ventura bay donut stellen aussichtspunkte opex punkte und gratis teile ja gucken wir mal was wir da noch so alles finden von dem zeugs aber wir wollten ja oh ups wir wollten ja irgendwo hin mutter ampeln scheiß egal interessiert uns alles nicht hier oh äh putzilei glaub jetzt sollte ich mal bisschen gas geben äh oh polizei ist immer noch hinter mir natürlich gerade etwas suboptimal die wand habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen ok sehen wir mal zu dass wir hier irgendwie jetzt mal aus dem ihrem sichtfeld verschwinden hier ok hier habe ich ja gerade so das gefühl dass sie das gerade gar nicht so lustig finden was ich hier mache ja ich versuch's ja schon immer diese scheiß einblendung nein meine fresse äh äh lass mich kurz überlegen äh nein ich mich kurz überlegen schau färg ich bin ich bin ich bin ich bin du 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 dein Das ist ja ein Anstey. Ja, werde ich die Cops hier vielleicht heute irgendwann mal noch los? Ich habe gerade keine Ahnung. Oh je, noch einer. Oh je, noch eine Ahnung. schon an mit Haken schlagen leute 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 das war alles gar nicht so geplant hier für die folge mensch jetzt sind wir mittlerweile auch schon polizei sperren ich glaube es ja nicht so Sollte Oh, was eine Aktion. Ach, da können wir jetzt endlich mal da hinfahren, wo ich eigentlich ursprünglich hinwollte. Holla. Ja. Ja, wenn ich so auf den Ticker gucke, dann war es das auch schon wieder für diese Folge. Also, in der nächsten Folge geht es dann weiter, dass wir in den Diner gehen. Gut, auf jeden Fall, ja, bis zum nächsten Mal hier bei Kölschzwerg on Tour in Need for Speed 2016. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!